Berlin stöhnt unter der sengenden Sonne. Temperaturen über 30 Grad machen vielen Hauptstädtern zu schaffen. Aushalten lässt es sich am ehesten im Schatten und am besten mit einem frisch gezapften Bier. Während die Hitze bei manchen für gute Laune und Urlaubsgefühle sorgt, versuchen andere, ihr möglichst aus dem Weg zu gehen. Es geht mir immer gut im Sommer, wenn die Sonne scheint, geht es mir gut. Wenn es sehr heiß ist, muss man genug trinken, ab und zu mal so ein Eiskaffee dazu. Und hier sitzen im Schatten ist schon schön angenehm. Ich finde es ganz schön schwierig, ich finde es sehr heiß. Und wenn ich denke, mit kleinen Kindern ist es besonders heiß, wir passen nämlich auf unseren Enkel auf. Dann gibt es nur eine Möglichkeit, rauszufahren an den See. Oder in eines der zahlreichen Berliner Bäder. Diese erfreuen sich aktuell über einen konstanten Besucherstrom, der dennoch weder zur Überfüllung in den Bädern noch zu längeren Wartezeiten an den Kassen führt. Wenn so eine lang anhaltende Hitzewelle tatsächlich mal eintritt und darüber freuen wir uns ja sehr, dann verteilt sich der Besuch auch automatisch viel besser als Sie sehen. Ja, es gibt kaum noch Warteschlangen hier am Prinzenbad in Kreuzberg. Und trotzdem sind die Bäder sehr gut besucht, also darüber freuen wir uns sehr. Und insgesamt holen wir jetzt das auf, was wir im Mai und im Juni, wo es eben nicht so schönes Wetter war, wieder verloren hatten. Also insgesamt sind wir mit der Saison bisher ganz zufrieden. Das heißt, obwohl es so heiß ist, gibt es weniger Andrang? Es verteilt sich besser. Also die Besuchszahlen, also alle 28 Freiwäder sind ja jetzt geöffnet von morgens bis abends. Und das verteilt sich einfach besser. Also man muss nicht mehr befürchten, dass man eine Stunde vorher an der Kasse warten muss, um reinzukommen. Das geht relativ fix jetzt. Sind jetzt auch längere Öffnungszeiten eingeplant worden? Wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende wieder in acht Freiwädern verlängerte Öffnungszeiten. Und auch in Pankow zum Beispiel ist jetzt durchgehend immer bis 20 Uhr geöffnet. Ist ja logisch bei so einem schönen Wetter. Auch am Insulaner kann früh geschwommen werden und bis abends hinein. Das war Anfang der Saison auch nicht geplant. Und wir werden im Sommerwart Olympiastadion auch nochmal wieder das Mitternachtsschwimmen anbieten müssen. Aber im Moment mal gucken, wann der Termin stattfindet. Wahrscheinlich eher Ende August. Wir haben es eben schon angesprochen. Es gibt jetzt tatsächlich weniger Wartezeiten an den Kassen. Genau. Also es verteilt sich besser. Das ist ein sehr positiver Effekt für alle Beteiligten. Und man muss nicht mehr befürchten, wenn man einen Hitzetag verpasst, dass es morgen gleich wieder schlechtes Wetter ist. Also dadurch entspannt sich die Lage sehr, sehr. Und es gibt halt viele Kundinnen und Kunden, die sich für eine Mehrfachkarte entschieden haben. Diese 20er-Karte zum Vorzugspreis. Und das macht den Eingetritt natürlich auch viel einfacher. Jetzt wie geht es Ihnen an Angestellten? Also speziell den Bademeistern, die tatsächlich in der Sonne ausharren müssen? Die machen einen wirklich sehr, sehr guten und sehr anstrengenden Job in diesen Tagen. Also man muss sich das vorstellen. Unser Eins kann sich in den Schatten flüchten oder in das klimatisierte Büro. Aber unsere Schwimmmeister können das eben nicht. Die stehen jetzt seit zehn oder längeren Tagen bei mehr als 30 Grad in der Hitze und müssen dabei einen kühlen Kopf bewahren. Die machen also einen sehr guten Job. Wie sorgen Sie vor? Durch viel Sonnencreme, viel Flüssigkeit und ein gutes Sonnenkäppi. Aber ansonsten können wir denen leider keine Klimakammer zur Verfügung stellen. Jetzt noch zu den Highlights für Besucher. Gibt es Highlights in nächster Zeit, die zu erwarten sind in den Bäderbetrieben? Wir haben zurzeit noch unsere Meerjungfrauen-Workshops. Also da gibt es noch ein paar freie Plätze. Und zum Ende der Ferien gibt es dann das große Meerjungfrauen-Finale am Strandbad Wannsee. Es gibt ein Pyro-Finale im Strandbad Wannsee. Im August ist das noch geplant. Und wir werden auch jetzt unsere Ferienschwimmkurse kommen in die letzte Phase, sodass wir auch Ende August da die stolze Seepferdchenparade im Mariendorf haben werden mit den Kindern, die in diesem Sommer schwimmen gelernt haben. Können Sie das Meerjungfrauen-Schwimmen noch beschreiben? Ja, da können Sie ausnahmsweise mal nicht in der Halle, sondern draußen tatsächlich in den Freibädern schwimmen, in den großen Sprungbecken, die wir in den Freibädern haben, im Meerjungfrauen-Kostüm, mit dem ganzen Programm, was dazu gehört, Beauty, Fotoshooting. Das ist der richtige Meerjungfrauen-Traum, der da wahr wird. Wie schätzen Sie die Saison allgemein ein? Wird es ein Rekordsommer? Ein Rekordsommer wird es nicht. Dafür war Mai und Juni tatsächlich viel zu schlecht. Gerade der Juni war ehrlich gesagt eine Katastrophe. Kürzlich hatten wir noch darüber sinniert, dass wir Mitte Juni am längsten Tag des Jahres 15 Grad und Niederegen hacken. Also da macht man dann ordentlich Verlust. Und das haut bei uns immer besonders deswegen ins Kontor, weil wir in Berlin besonders stark mit Freibädern vertreten sind. Also 85 Prozent unserer Wasserfläche liegen unter freiem Himmel. Und deswegen sind wir sehr, sehr aufs gute Wetter angewiesen. Und wenn es das eben nicht eintritt, dann machen wir halt ein großes Defizit. Aber wir holen es ja jetzt wieder auf. Und am Ende wird es sicherlich ganz ordentlich. Doch der Sommer hat auch seine Schattenseiten. So kommt es aufgrund extremer Austrocknung des Bodens schneller zu Waldbränden, was die Noteinsätze der Berliner Feuerwehr deutlich erhöht. Hinzu kommen jene Einsätze, bei denen Menschen mit akuten Kreislaufproblemen behandelt werden müssen. Könnten Sie uns sagen, was diese extreme Hitze in Berlin für Sie als Feuerwehrmann bedeutet? Also auch wir als Feuerwehr haben deutlich mehr zu tun. Wir fahren normalerweise am Tag so um die 1100 Einsätzen. Wir haben jetzt in der Hitzezeit rund 1300, teilweise sogar 1400 Einsätze zu verzeichnen. Teilweise bei extremen Wetterspitzen gehen die Einsatzzahlen noch mehr hoch. Diese sind überwiegend im Notfallrettungsdienst, den wir in Berlin mitbetreuen. Das bedeutet Personen, die über Kreislaufprobleme klagen und dann den Notruf der Feuerwehr anrufen, die bekommen dann einen Rettungswagen der Feuerwehr oder einer der Hilfsorganisationen gesendet. Und das macht unseren extremen Einsatzzahlen natürlich auch bei der Wetterlage aus. Was sind sonst noch für Notfälle zu verzeichnen? Wir haben natürlich auch Brände. Wir haben immer mal einen Brand an einem Bahngelände, wo die zugfahrenden Leute einfach mal eine brennende Zigarette rauswerfen, die dann zu einem kleinen Grasnarbenbrand führen. Wir haben aber natürlich auch den einen oder anderen kleineren Brand an Waldgebieten. Da muss man einfach jetzt auch daran denken, dass die Waldgebiete extrem trocken sind und eine glühende Zigarette schon ausreichend ist, um dort einen verheerenden Brand zu erzeugen. Das heißt, was empfehlen Sie jetzt Menschen, die in den Wald gehen? Leute, die in den Wald gehen, müssen natürlich auf das Rauchverbot achten. Rauchverbot ist immer im Wald, nicht nur bei Waldbrandwarnstufen, die wir ja gar nicht in Berlin haben. Das liegt ganz einfach daran, dass wir auch wollen, dass der Bürger in Berlin in den Wald hineingeht, damit dort ein Brand auch sehr früh erkannt wird, gemeldet wird und wir als Rettungskräfte dann diesen Brand auch sehr schnell löschen können. Für uns als Feuerwehr ist es auch extrem wichtig, dass daran gedacht wird, dass wenn man mit einem Auto an dem Wald ranfährt, nur auf ausgewiesenen Stellplätzen geparkt werden darf. Es ist der Wald nicht zu befahren, sondern wirklich vorne an den Parkplätzen das Fahrzeug abzustellen und auch darauf zu achten, dass von dem Motor, von dem eine extreme Hitzestrahlung ausgeht oder auch vom Auspuff, der nicht direkt über dem trockenen Gras steht, damit dort auch die Gefahr eines entstehenden Waldbrandes gleich verhindert wird. Worauf Sie generell bei den extremen Temperaturen achten müssen und welche Personengruppen besonders Wert auf eine ausreichende Flüssigkeit zu vorlegen sollten, verriet uns Allgemeinmediziner und Internist Dr. Hermann Steffens. In erster Linie sind das natürlich ältere Menschen, die erstens mal nicht mehr so ein ausgeprägtes Durstgefühl haben, dann sowieso weniger eigenes Wasser, weil weniger Muskeln im Körper sind, haben. Man muss ja so bedenken, je nachdem, wie die einzelne Situation ist, besteht der Mensch zu etwa 50 bis 70 Prozent aus Wasser, aber bei den Eltern ist das sicher eher weniger. Und zusammen mit diesem fehlenden Durstgefühl führt das bei diesem erhöhten Verbrauch in der Hitze natürlich relativ schnell zu einer Austrocknung, weil dort auch nicht sehr viel Spielraum ist. Es sind nur wenige Prozent, die man verlieren muss, um schon erhebliche Symptome zu bekommen. Das heißt, wie soll man sich bei Hitze verhalten? Trinken ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann so über den Daumen sagen, pro Kilogramm Körpergewicht so gut 30 Milliliter pro Person. Da muss man natürlich einrechnen, dass auch durch Nahrung oder durch Obst oder sowas noch was dazu genommen wird, sodass man bei den meisten Patienten, bei den älteren Patienten, wenn die nicht zusätzlich irgendwelche Erkrankungen haben, wegen derer sie vielleicht nicht besonders viel oder vielleicht auch mal mehr trinken müssen, kommt man doch so auf 1,5 bis 2 Liter. Wenn man das wirklich schafft am Tag, dann kommt es eigentlich eher selten zu einer wirklichen Austrocknung. Sie haben jetzt eher ältere Personen angesprochen, aber generell sollten, glaube ich, alle mehr trinken. Oder worauf ist noch zu achten generell im Sommer? Ja, also bei den jüngeren Patienten ist es natürlich auch wichtig, aber bei denen ist das Problem einfach nicht so stark, weil als erstes das Durstgefühl viel besser klappt. Aber auch da gibt es Leute, die haben weniger Durst, die müssen sich dann wirklich am besten am Anfang, wer weiß, dass er dieses Problem hat, sollte sich vielleicht am Anfang des Tages 2,5 Liter hinstellen und sagen, bevor die nicht weg sind, gehe ich nicht schlafen. Welche anderen Verhaltensregeln gibt es noch bei Hitze? Natürlich, wenn es irgendwie möglich ist, sich dieser prallen Sonne nicht zu sehr aussetzen. Dann gibt es natürlich noch diese ganze Hautproblematik, die natürlich sicherlich von ganz vielen nicht beachtet wird. Aber das Trinken ist so, ich sage mal, im internistischen Bereich, im Kreislaufbereich sicherlich das Wichtigste. Stichwort Haut, das heißt nur mit Sonnencreme in die Sonne gehen? Ja, also erst mal das. Und es gibt ja auch unterschiedliche Typen von Menschen. Je nachdem, wie die Haut beschaffen ist, kann der eine sich mehr, der andere weniger leisten. Aber insgesamt wird das sicherlich noch ganz, ganz häufig, insbesondere hier sind besonders die kleineren Kinder betroffen, häufig nicht gemacht. Das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einen hohen Sonnenschutzfaktor benutzt. Und selbst wenn es wiederum Leute gibt, die sagen, wir müssen unbedingt in die Sonne wegen Vitamin D, das ist ja auch ein Problem, aber im Zweifelsfall sollte man dann lieber eher ein bisschen Vitamin D schlucken und nicht so viel in die Sonne zu gehen, als sich hier ernsthafte Schäden zu holen, die ja auch hier bei uns in Deutschland zunehmen. Genügend trinken, die pralle Sonne meiden und auf ausreichenden Schutz der Haut achten. Dann kann man das schöne Wetter in vollen Zügen genießen. Und denken Sie daran, der Sommer geht ohnehin meistens viel zu schnell zu Ende. Das ist ja auch ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen.